Om Namah Shivaya, ich bin Adi Shakti und möchte euch heute gerne Bewegungsabfolgen auf dem Stuhl zeigen, die alle Muskelgruppen dehnen oder auch stärken, die gut sind für das Herz-Kreislauf-System, also alles für Menschen, die vielleicht schon etwas älter sind und nicht mehr so auf die Matte hinunterkommen. Ihr macht das mit, was ihr könnt, zum Beispiel wenn ich die Arme jetzt ganz weit nach oben gebe und ihr kriegt sie nur bis hierhin, ist das genauso okay. Also schaut auf euren Körper, schaut, was ihr machen könnt. Ihr legt bitte den Fokus auf das, was geht und nicht auf das, was nicht mehr geht. Ganz wichtiger Aspekt auch, wenn man älter wird und diese Übungen praktizieren möchte. Dann beginnen wir auch gleich schon mit dem ersten Durchgang. Der ist etwas sanfter und auch hier schaust du, was möglich ist bei dir. Einatmen, die Arme nach oben, ich strecke mich zur Sonne. Ausatmen, ich neige mich zur Erde. Einatmen, nimmst du dein rechtes Bein mit nach oben, ziehst das Knie zum Oberkörper, hältst den Rücken gerade. Ausatmen, wieder senken. Einatmen, linkes Bein, Knie Richtung Oberkörper, Rücken bleibt gerade. Ausatmen, wieder senken. Einatmen, gibst du deinen linken Arm auf deinen rechten Oberschenkel, hebst den rechten Arm nach oben, schaust in die rechte Hand, beugst dich etwas nach links, soweit du kannst. Ausatmen, rechten Arm sinken, rechten Arm auf den linken Oberschenkel. Linke Arm nach oben, beugst dich etwas nach rechts, schaust in die linke Hand. Ausatmen, wieder sinken lassen. Einatmen, faltest du die Hände hinter deinem Rücken, strickst den Brustkorb weit nach oben, Schulterblätter hinten zusammen und ausatmen, lässt du wieder sinken. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lang nach oben hinten. Ausatmen, neige dich nach vorne. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, sinken. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Ausatmen, sinken. Einatmen, linken Arm nach oben, rechter Arm auf den Oberschenkel. Beuge dich nach rechts mit dem Ausatmen. Einatmen, komm zur Mitte. Arme wechseln. Einatmen, schau in die rechte Hand. Beuge dich nach links. Ausatmen, wechseln. Einatmen, dreh dich nach links. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, nach rechts. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, Hände hinter dem Gesäß falten. Brustkorb öffnen. Und ausatmen, die Arme sinken lassen. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lange nach oben hinten. Ausatmen, neige dich nach vorne. Einatmen, rechtes Knie zum Oberkörper. Ausatmen, sinken. Einatmen, linkes Knie zum Oberkörper. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, rechten Arm heben. Linken Arm auf Oberschenkel. Beuge dich nach links. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, zur anderen Seite. Und ausatmen, wieder sinken lassen. Einatmen, dreh dich nach rechts. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, nach links. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, falte die Hände hinter deinem Gesäß. Öffne den Brustkorb. Schau nach oben. Und ausatmen, die Arme sinken lassen. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lang nach oben hinten. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Einatmen, linkes Knie Richtung Oberkörper. Rücken lang. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, rechtes Knie zum Oberkörper. Ausatmen, sinken lassen. Linken Arm nach oben. Rechts beugen. Ausatmen, senken. Einatmen, rechten Arm nach oben. Nach links beugen. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, dreh dich nach links. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, nach rechts. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, Hände hinter dem Gesäß falten. Brustkorb öffnen. Schau nach oben. Und ausatmen, die Arme sinken lassen. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lang nach oben hinten. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Einatmen, rechtes Knie zum Oberkörper. Ausatmen, sinken. Einatmen, linkes Knie zum Oberkörper. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, rechten Arm nach oben. Beuge dich nach links. Ausatmen, sinken. Einatmen, linken Arm nach oben. Beuge dich nach rechts. Ausatmen, sinken. Einatmen, rechts in die Drehung. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, links in die Drehung. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, Hände hinter dem Rücken falten. Brustkorb weit, schau nach oben. Und ausatmen, wieder lösen. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lang nach oben hinten. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, sinken. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Ausatmen, sinken lassen. Linke Hand nach oben. Beuge dich nach rechts. Und wieder ausatmen, sinken. Einatmen, rechten Arm nach oben. Beuge dich nach links. Ausatmen und sinken lassen. Einatmen, dreh dich nach links. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, nach rechts drehen. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, Hände hinten falten. Brustkorb öffnen. Schau nach oben. Und ausatmen, wieder sinken lassen. Ein- und ausatmen, Hände in Namaste. Einatmen, Arme lang nach oben hinten. Ausatmen, beuge dich nach vorne. Einatmen, rechtes Bein zum Oberkörper. Ausatmen, sinken. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, rechten Arm nach oben. Beuge dich nach links. Ausatmen, sinken. Einatmen, linken Arm nach oben. Beuge dich nach rechts. Ausatmen, sinken. Einatmen, dreh dich nach rechts. Ausatmen, sinken. Einatmen, dreh dich nach links. Ausatmen, zur Mitte. Einatmen, Hände falten. Brustkorb öffnen. Und ausatmen, wieder lösen. Dann hebe einatmend dein rechtes Bein, umfass den rechten Fuß mit deiner rechten Hand, strecke das rechte Bein und gib es so weit du kannst nach rechts. Spüre in die Dehnung hinein, dem Oberkörper möglichst gerade sitzen bleiben, also nicht so nach hinten fallen, sondern hier und das Bein so weit du kannst nach rechts. So öffnest du die Hüfte und dehnst die Beinrückseite sehr stark, tief in die Dehnung hineinatmen, lächeln dabei und das Bein wieder anwinkeln. Dann fasse deine Fußsohle und streck das Bein gerade nach vorne aus, Wirbelsäule aufgerichtet, weil du kannst nach vorne ausrechten und ausatmend wieder sinken lassen. Du kannst das Bein ein bisschen ausschütteln, dann deinen linken Fuß umfassen, das Bein ausstrecken, einatmend mit dem Ausatmen, soweit du kannst nach links drehen. Oberkörper bleibt aufgerichtet, atme tief in die Dehnung der Beinrückseite hinein, tief atmen, spüre auch die Dehnung und du kannst einatmen, die Dehnung spüren, mit dem Ausatmen vielleicht noch ein Stück weiter die Hüfte öffnen, das Bein nach links drehen. Einatmen in die Dehnung, ausatmen, loslassen. Dann dein rechtes Bein nach vorne, spüre auch hier in die Dehnung hinein, rechter Fuß zum Oberkörper gezogen und ausatmend wieder sinken lassen. Dann kannst du mal dein rechtes Bein über dein linkes Bein schlagen, gibst dann das Fußgelenk auf das linke Knie, kannst das rechte Knie etwas nach unten drücken, so schon die Hüfte etwas öffnen. Dann einatmen, die Wirbelsäule ganz in die Länge ziehen und mit dem Ausatmen beugst du dich über dieses Bein nach vorne. So öffnest du die Hüfte, dehnst auch den unteren Rücken sehr gut und atmest tief in die Dehnung, dort wo du sie jetzt am meisten spürst, hinein. Tief atmen, Dehnung genießen. Und dann richte dich wieder auf mit deinem Rücken, das Bein wieder nach unten und dann kannst du nochmal in die Drehung kommen, den linken Arm an das rechte Knie geben und dich so in die Drehung hineinziehen. Achte darauf, dass der Nacken lang ist und auch hier wieder in die Drehung hineinatmen, einatmen, Wirbelsäule lang, ausatmen, vielleicht noch etwas weiter in die Drehung finden. Und dann komm mit dem Einatmen wieder zur Mitte und ausatmen, das Bein wieder sinken lassen. Und dann nimm dein linkes Bein, gib deinen Fuß oberhalb deines linken Knies auf den rechten Oberschenkel, kannst hier auf das linke Knie nochmal etwas drücken, um die Hüfte vielleicht noch mehr zu öffnen, kannst auch hineinatmen. Einatmen, einatmen und dann loslassen. Und dann atme ein, zieh die Wirbelsäule lang und mit dem Ausatmen in der Länge der Wirbelsäule beugst du dich jetzt über dein linkes Bein nach unten, soweit du kannst. Atme in die Dehnung der Hüfte, in die Öffnung der Hüfte hinein. Wirbelsäule lang, tief atmen und halten. Und dann mit dem nächsten Einatmen richte dich nochmal auf, schlage das rechte Knie über das linke Knie, umfasse mit der rechten Hand dein linkes Knie, drück es so zur Seite und mit dem Ausatmen drehst du dich dann nach links, Wirbelsäule aufgerichtet. Gut, atme dich noch in die Asana hinein, einatmen, Wirbelsäule lang und ausatmen, komm noch ein Stückchen mehr in die Drehung hinein. Einatmen, Wirbelsäule lang, ausatmen in die Drehung. Fühle dich, spüre dich flexibel in deiner Mitte und gleichzeitig fest in der Mitte verankert. Noch zwei Atemzüge. Und mit dem dritten Einatmenzug dreh dich wieder nach vorne und lass ausatmen, das linke Bein sinken und entspannen. Ja, wenn euch das alles gefallen hat, könnt ihr das gerne mit Daumen hoch liken, würde mich freuen. Mir hat es viel Freude gemacht. Hadi hum tazat, alles Gute für euch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020